Eden Hazard, Eden Hazard, 1-0. Ja, den sollte man nun wirklich nicht schießen lassen. Der Belgier ganz trocken, Aufsetzer. Da waren sie viel zu weit weg. Schauen Sie, wie viel Platz der hat. Da geht da noch keiner raus. Und, Aufsetzer, Wiedwald, chancenlos. Also das nenne ich mal komplett verschlafen. Da rückt noch nicht einmal jemand raus. Und dass er sich dann die Zeit und Muße nimmt, Vollspann abzuschließen, das ist ja wohl klar. Eden Hazard. Kein Abseits. Oskar wartet. Oskar bedient. Diego Costa. Oskar, das ist ja viel zu einfach. So funktioniert das nicht. 90 Sekunden nach dem 0-1 gleich das 0-2. Logisch. Die Abwehr hat so noch nie, aber wirklich noch nie zusammen gespielt. Die Viererkette auf den Außen. Zwei Frische. Und in der Innenverteidigung Moissander und Caldirola, die sich noch finden müssen. Der arme Felix Wiedwald. Doppelpass. Courtois. Und Junuzovic. Es gibt Elfmeter. Ja, Junuzovic gefoult. Elfmeter ist die richtige Entscheidung durch den Schiedsrichter Jablonski. Das Zuspiel von Finn Bartels. Ja, ja. Und dann ist Matic. Aber sowas von zu spät. Trifft den Ball auch nicht, sondern nur die Beine von Junuzovic. Also. Claudio Pissarro gegen seinen Ex-Club. Tore schießen. Das. Kann er. Claudio Pissarro, der Pizzaservice, liefert. Eins zu zwei. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Erinnern wir uns an den Lattentreffer von Junuzovic. Jetzt holt Junuzovic den Strafstoß raus. Drei Tore schon. Und gerade mal ein bisschen mehr als eine halbe Stunde gespielt. Unterhaltsamer Fußballnachmittag an der Weser. Ja, der wartet und wartet. Und dann schiebt er ihn rein. Hat er den belgischen Nationalkieper ausgeguckt. Ja. Kein Abseits. Kein Abseits. Drei zu eins. Diego Costa macht sein Tor. Also das passt jetzt gerade nicht. Schauen wir nochmal hin. Oh, ich weiß nicht, ob das nicht auch wieder eine Abseitsstellung war. Aus der Perspektive nicht zu erkennen. Und der Schiedsrichterassistent Eric Müller so Kainz war frei. Aber so geht es auch. Aus der Drehung. Zwei zu drei heißt es Lennart Tee als Geschenk an das Team. Klasse. Lennart Tee der ja schon von 2007 bis 2012 bei Werder Bremen war. 75 Spiele, neun Tore. Und hier erzielt er das erste Tor für Klasse. Das war von Ola Aina who hat played well since coming on as the young 19-year-old and now Batshuay to Pedro. Pedro surely this time and there is the fourth Chelsea goal. Well, it's been coming over the last few minutes and Pedro finally